So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, Nier Automata, nächste Runde, immer noch dieser unglaublich fette Bosskampf, der cool inszeniert ist, aber wir müssen nicht alles nach vorne machen, was schon mal ganz cool ist. Ach, ich mag den Pascal. Okay, nächste Runde gegen... Hey, 2B, ich denke, ich habe eine andere Idee. Du steckst das Ding wo es ist, okay? What? Please, 2B, das ist gonna work. 9S ist leaving the front lines. Proposal, 9S should be reported to command as a deserter. No, he has a plan. Just hold on. Oh, das ist ein Klapp. 2B, ich werde, ob wir die Missile nutzen können, aber ich brauche, dass du die EMP-Unit auf dem Weg verletzt hast. Na dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Was kann man da eigentlich? Au. Au. Ich weiß gar nicht, ob es Schaden macht, aber es macht schon Schaden. Oh, fuck. Fuck. Okay. So wir schafft. Nein, 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 alles mitgenommen. Oh fuck. Oh, jetzt kommen wir die ganz dicken Fische. Autsch. Oh. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, sind das viele? Oh Gott, das will. Oh shit. Was zur Hölle? Oh, Gott, das will. Oh shit. Auf, 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 auf. Auf, 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 auf. meine frühe fresse der ist aber ganz schön zäh waaat okay Ah shit, war nicht lang genug. Oh shit, hängt das schon wieder an? Die roten womit? Die roten darf nicht berühren, also die dunkelroten, aber die hellroten, die störe ich ja dann. Echt wie, wie so ein bisschen wie Hex. Oh fuck. Oh fuck. Die Schaft. Oh fuck. Oh fuck. S-Signal verloren. Organize a search and rescue party for the missing Yorha members at once. 2-B. 9-S. Ja, da steht der Schradhofen. Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Okay, das war ganz schön übel. Aber cool. Echt so ein bisschen was von Hex spielen. Das hat mich an den einen Boss in World of Warcraft erinnert. Ähm, den komischen Fight Club da. Ja. 2-B. 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 3-B. 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 4-B. 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 5-B. 4-Beijing. 5-B. 5-B. 6-B. 6-B. 7-B. 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 8-B. 9-B. 10-B. 11-B. 10-B. 11-B. Ich darf keine Emotionen haben. Äh, alles scheiße. Nein, es darf keine Emotionen haben, bl bl bl. Aber selber? Äh, keine Ahnung. Keine Antwort. Die Blackbox ist nur eingeschränkt funktionsfähig. Sie lebt also noch. Kontaktiere den Bunker. Gestetigt. Oh, das heißt... Wohin jetzt? Ach ja. Komm ich da rüber? Da ist ja ein Symbol. Vielleicht muss ich da gar nicht mehr rüber. Mal gucken. Ah. Nicht. Wenn man wohl die Türen mal aufkriegt. Na gut, dann gehen wir halt so zurück. Oder auch nicht. Oh, da werde ich aber nicht für bestraft, wenn ich ins Wasser fahre. Also nicht mit dem kompletten Reset. Habe ich mal sowas sehen? Ach, sie hat mich jetzt automatisch rüber transportiert. Na, das ist ja nett. Das ist ja nett. Au. 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 1.000 Kilo, na dann. Okay, da geht es weiter. Eine schwarze Perle. Ach, die haben den Teleporter wieder hier. Machen wir da Randalier-Aktionen hier, die Deppen, die... So, schnell speichern. Wäre nicht schlecht. Dann könnte ich mich eigentlich zum Widerstand teleportieren, dann muss ich mich den ganzen Weg nicht zurücklatschen. Das kann ich immer noch nicht öffnen. Oh, das geht gar nicht. Äh... Okay... Dann gehe ich hierin. Okay... Dann gehe ich hierin. Dann gehe ich hierin. Okay... Dann geht's mich ein bisschen. Na dann. What? Sack. Komm her. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie komme ich denn da noch am besten hin, am schnellsten. Mal einen Marker setzen. Ach, die sind jetzt wahrscheinlich alle hier übernommen, oder? Ja, die Untergrundtülle brauchen wir nicht. Was ist das eigentlich? Ich gehe da mal gucken, was das ist. Das ist... Oben auf der Brücke. Ich gehe... ... Ja, die Randa 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 Ja, die Randa